Spurensuche nach dem Großbrand in Holzheim. Von den Rigi-Werkstätten der Lebenshilfe stehen nur noch Gerippe. Teile des Gebäudekomplexes wurden mittlerweile abgerissen. Fassungslos steht der Geschäftsführer der Lebenshilfe e.V. Uwe Hartmann vor den Trümmern. Das tut sehr, sehr weh. Das tut im Herzen weh, das tut in der Seele weh. Das ist natürlich auch eine schlimme Situation für unsere Menschen mit Behinderung, die wir jetzt aktuell in unserer anderen Werkstatt, in Ossenwang, untergebracht haben. Die haben wir heute Morgen per Empfangskomitee hier an ihrer ehemaligen Werkstätte in Empfang genommen und haben sie dann mit Busschatteln nach Ossenwang gebracht. Dort haben sie dann noch Informationen bekommen und werden dann in den nächsten Tagen auf unsere anderen Standorte verteilt. 56 geistig behinderte Menschen haben hier in den Rigi-Werkstätten gearbeitet. Der Schaden an Gebäude und Inventar liegt bei mindestens 750.000 Euro. Doch viel schwerer wiegt der seelische Schaden, den die Beschäftigten davongetragen haben. Die sind natürlich sehr betroffen hier angekommen. Zum Großteil haben sie es schon erfahren über die Presse. Und einige natürlich auch jetzt erst heute hier vor Ort. Und wenn man aber das Ganze natürlich tatsächlich auch plastisch sieht, ist das natürlich noch einmal viel, viel dramatischer als man hört es nur so oder man liest es irgendwo. Im Tageslicht werden auch die Schäden an den Nachbargebäuden erst richtig sichtbar. Die Fensterläden sind verschmort und verzogen, viele Fensterscheiben weisen Risse auf. Roland Küstner stand auf dem Balkon seiner Wohnung im Nachbarhaus, als das Feuer ausbrach, und sah, wie sich die Flammen schnell ausbreiteten. Und dann hat der Baum angefangen langsam zu brennen, auf einem Schlag richtig explosionsartiger ganze Baum, die ganze Wiese auf einmal brennt. Und dann hat gedacht, ich würde es doch langsam mal in die Wohnung reingehen, dass ich dann langsam selber fangt anfangen. Und dann hat es so am Gescheiben anfangen zu knacksen und auch eine ziemlich Hitze in der Wohnzimmerkrennung. Und dann ist ja so langsam die Feuerwehr gekommen und dann hat er eine Schläuche gelegt und versucht, das zu löschen und so weiter. Und ich habe halt Angst gehabt, dass der Baum auch noch anfängt zu brennen und evtl. bei uns kein Gas gut anfängt zu brennen können. Doch das war Gott sei Dank nicht der Fall. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindern. Mehr als 100 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Viele übernachteten in der Auhalle in Holzheim, einige schliefen in ihren Autos. Roland Küstner hat die Nacht im Freien verbracht. Ja, ich habe nach meiner Katze noch geguckt und dann bin ich gerade raus aus der Wohnung gegangen. Weil Feuerwehr ja gesagt haben, wir sollen rausgehen. Ich habe ja auch selber, das bringt nichts, wenn man gar in die Wohnung nachsteht. Weil es war ja eine ziemlich starke Hitzeabstrahlung. Mittlerweile konnten alle wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Kriminaltechniker sind vor Ort, die Brandursache ist noch nicht bekannt. Brandstiftung kann aber nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Kripo Göppingen entgegen. Telefon 07161 63 2050. Unterdessen suchen die Göppinger Stadtverwaltung und die Lebenshilfe nach neuen Räumen für die Werkstätten. Da viele Maschinen und Materialien ein Raub der Flammen wurden, ist die Lebenshilfe außerdem über jede Form von Unterstützung dankbar. Sehr, sehr gerne. Wir sind sehr, sehr dankbar für jegliche Hilfe. Grundsätzlich als Lebenshilfe Göppingen. Natürlich ganz in dem speziellen Fall jetzt hier mit diesem Brand. Und wir wären natürlich sehr, sehr dankbar, wenn die eine oder andere Spende abfallen könnte, die wir dann sehr, sehr wertvoll für unsere Arbeit und für den Wiederaufbau und für die Fortführung dann oder Neugestaltung unserer Arbeitsplätze für die betroffenen Menschen mit Behinderung einsetzen können. Spendenkonten der Lebenshilfe gibt es bei der Kreisparkasse Göppingen, der Volksbank Göppingen und der Landesbank Baden-Württemberg.